Hallo Leute, ich bin der Gamekiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch mal ctsided.com vorstellen. Das ist so eine Art 9-Gag halt nur für CSGO, das heißt es wird hier nur CSGO-bezogene Sachen geben. Und ich finde die Seite eigentlich gar nicht so schlecht, deswegen finde ich auch 9-Gag gar nicht so schlecht oder richtig nice. Von daher dachte ich mir, zeige ich euch die Seite mal. Da hier, wenn man hier auf die Seite kommt, nicht so oft neue Fotos hochgeladen werden, oder beziehungsweise nicht so oft neue Fotos gibt, möchte ich die mal ein bisschen bekannter machen. In der Hoffnung, dass ein paar von euch vielleicht auch auf die Seite gehen, ein paar Fotos abladen, ihren Freunden erzählen, was weiß ich. Und ja, ich bin jetzt hier schon eingeloggt, ich habe mir einen Account gemacht und dann kann ich mal hier ganz normal Fotos hoch- oder runtervoten. Das ist jetzt hier ein Video, wenn ihr kein Vorschaubild habt, ist das meistens ein Video. Hier das, ich glaube das sollte eigentlich ein GIF sein, aber der Typ hat es irgendwie falsch hochgeladen oder so, weil sonst würde hier auch GIF stehen und man könnte was machen. Und ja, hier hat man ja halt diese Standardfunktionen, wie aus 9-Gag hochvoten, runtervoten. Man kann es, glaube ich, nicht kommentieren, sehe ich gerade. Man kann aber auf Facebook oder auf Twitter teilen. Ich habe, glaube ich, schon ein paar Bilder auf Facebook geteilt. Ansonsten hat man hier oben halt diese bekannten Home. Dann hat man hier einen Blog, wo ich, glaube ich, noch nie drauf geguckt habe. Ne, habe ich noch nicht. Okay, dann gibt es hier noch Hot. Das finde ich ziemlich nice. Don't forget your Bomb-Code. Also zum Bomb-Diffusion ist das der Code. Und dann Mom, das 2-Panting. Hier versucht jemanden, seinen Bruder zu scammen. Angeblich, also er versucht jemanden zu scammen. Und der andere sagt, ne, ich würde nur meinem Bruder geben, das Knife. Und der ändert einfach seinen Namen hier zu dem Namen vom Bruder und sagt, hey, ich bin sein Bruder. Hatte den Versuch zu scammen. Und ich glaube, das Bild hier, Static Pizza Knife Fade, das habe ich mal auf Facebook geteilt. Zumindest habe ich es mal in WhatsApp-Gruppen von mir reingeschickt. Und, ja, wie ihr hier oben sehen könnt, gibt es halt verschiedene aus 9-Gag, auch nur GIFs und verschiedene Skins, die man hier angucken kann. Wenn die Leute gemacht haben, ähm, wobei, das war kein Skin. Okay, das ist eine Map. Ähm, Static Botanife. Hier seht ihr auf jeden Fall, ähm, ja, neue Nate Wasserbombe, auch gar nicht so schlecht als April-Sherz oder so. Tipps und Tricks, okay, das könnte interessant sein. Bestimmt alles. Okay. Hm, müsste ich mir mal öfter angucken. Wie gesagt, ich war bis jetzt, ähm, nur auf der Home-Seite. Ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Video gesagt habe. Aber vorhin hat mein Nachbar einfach angefangen zu bohren, deswegen ich das Video jetzt nochmal neu aufnehme. Und ihr seht hier oben, ich habe hier mal ein paar Fotos, ähm, vorbereitet. Ähm, das fand ich hier wegen diesem, äh, Bauch, äh, Ausweichen irgendwie ziemlich witzig, wie er das macht. Und, ähm, das eigentlich hier seht ihr oben halt immer die Überschrift. Jetzt kann man gucken, ah, okay, hier unten kann man doch kommentieren, einfach auf der Seite. Oder man kann es auch auf Facebook kommentieren. Und, ähm, ja, wenn ihr halt, äh, letzt, oder ein Ace haben wollt, aber der letzte Typ einfach alle eure Kugeln ausweicht, ähm, so sieht das dann ungefähr aus. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Hier, wenn euer Teammate, äh, euch flashed, ohne irgendwas vorher anzukündigen und ihr einfach nur blind seid, ähm, das ist bei den Pro-Spielern, äh, bei Get White von, äh, Nib, also Ninjas in Pyjamas, ist ja einer meiner Lieblingsspieler der Get White. Und, ähm, bei dem ist das ja, ähm, wieso kriegt das einen Punkt weniger, wenn ich das ab, ach so, weil ich das schon abgebotet habe, okay. Ähm, bei dem ist das auch extrem. Müsst ihr euch mal Videos auf YouTube angucken, Get White, Get Flash oder so, der reißt die Augen auch immer so, so weit auf. Dann das passende dazu, wenn ihr nach nem Drop fragt, aber euer Freund einfach nur eine Flashback droppt und ihr passend zu dem Blind, äh, Bild dann einfach blind seid. Und, ähm, das, das Video mit dem Baby an sich finde ich schon geil oder das GIF von dem Baby finde ich halt, äh, nice. Und den passenden Text dazu, wenn, when you watch B and you hear an Orb, oder egal ob B oder A irgendwo, oh, da ist ne A, aber schnell wieder zurück. Und, äh, zur anderen Richtung. Dann hier, ich weiß gar nicht, ob das auch Seven Days, denke ich, ich weiß nicht, wie das im Originalen heißt. Kann sein, dass es auch Seven Days, das heißt, glaube ich, auch irgendwas mit Seven, deswegen auch diese Anspielungen. Ähm, wenn ihr nen Bann habt, seid ihr selbst schuld, eigentlich in der Regel, ähm, ich kenn, na, okay, doch, nicht immer. Ich hab ein paar Kollegen, die haben halt einfach ab und zu Internetabbrüche, so für zwei, drei Minuten und dann, ähm, ja, dann haben sie halt Pech, wenn sie grad im CSGO-Spiel sind, weil dann sind sie halt raus und, äh, können nicht mehr nachjoinen. Hier, wenn, wenn die sagen, wasch B, aber ihr seid die Einzigen, die dahinwaschen und keine Sau ist da. Das Foto, vor allem nicht, ziemlich interessant. Ähm, why do Russians, äh, wasch B, wenn their country is called, wasch A? Also, warum die Russen und, ähm, Team immer nach B waschen sollen, wenn, wenn das Land halt Russland, also auf Englisch halt Wascher heißt. Ähm, kann sein, dass es falsch ausspreche, aber ihr wisst ja, mein Englisch, wie hieß es in, wie hab ich es im anderen Video genannt, ist not the yellow from the egg, in dem Wrandom CS Gorkins. Ja, dieses Wrandom darf ich mir immer noch anhören, ne, statt Wrandom einfach Wrandom. Ähm, hier, look, with guys playing CSGO, G5V, wasch him, teammates. Von Gott, der uns ärgern will und einfach, zzzz. Ja, ich brauch dazu, glaub ich, nichts zu sagen. Denn hier, was ich auch gar nicht so schlecht fand, ist eine Real-Life, ähm, Dragon Lore. Ich hab schon wieder vergessen, wie das auf Deutsch heißt. Ergern, ähm, Soft, Soft Air, Soft Air, genau. Ähm, hier unten gibt's halt noch mehr Fotos, die man sich angucken kann. Ich find, das sieht gar nicht so schlecht aus. Hab ich's schon geupfotert? Nein, hab ich noch nicht. Okay. Ähm, das ist ein Punkt, der mir tierisch auf den Sack geht. Ich mein, ich zock ja irgendwie, was ich wollte sagen, zum Glück, aber, ähm, ich zock ja schon länger nicht mehr, weil ich irgendwie keinen Spaß mehr hab mit den ganzen Hackern und so. Ich warte immer noch, bis die Prime richtig hinbekommen und die Hacker ein bisschen etwas eindämmen, zumindestens. Und, ähm, ja, wenn ihr verkackt, einen Klatsch zu machen oder irgendwie die Bombe zu defuse oder sowas, nur weil eure, ähm, Entschuldigung, eure Teammates die ganze Zeit labern so. Ihr kennt das, ihr seid hier irgendwie, ähm, Nuke, was weiß ich, habt euch irgendwas versteckt und die Teammates immer alle so, der eine sagt, er hat den defuse, der andere sagt, hör, geh, lauf raus. Der andere sagt, bleib da, boah, du bist doof, mach das, mach das. Und das nervt halt ziemlich und, ähm, ja, das sind just this go things, upvoten, weil man kann's gut nachvollstehen, äh, nachvollziehen. Zum Schluss noch ein kleines Video und mit dem Video werde ich mich dann auch wohl verabschieden. Ich hoffe mal, ich konnte euch die Seite ein bisschen näher bringen und ich hab nicht zu viel Unsinn durcheinander gequatscht, denn wie immer ist es gerade nach vier, nee, 13 Stunden oder so bin ich nach Hause gekommen und setze mich dann vorm Computer und, ähm, zeig euch dieses Video noch zum Schluss. Bang, bang, I'm gonna fingerbang you, Chris. Ha, 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 not if I fingerbang you first, Dad. Bang, bang. I'm gonna fingerbang the two of you at the same time. Bang, bang. Hey, me too. Bang. Oh, no one wants to get fingerbanged by you, Meg. Why don't you just go do that to yourself, Meg? I think I'm gonna be sick. Nein, 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 nicht Musik. Boah, ich hoffe mal, boah, nee, Alter. Musik ist immer schlecht in YouTube-Videos. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn euch die Seite gefallen hat oder andere Seiten mal vorstellen sollt, schreibt mir in die Kommentare, welche Seiten ich mal vorstellen sollt, eurer Meinung nach, die gern gesehen werden sollen oder von anderen gesehen werden sollten, die bekannter werden sollten, was auch immer. Denn ich hab noch ein, zwei Seiten, wo man, ähm, paar Smokes sich angucken kann. Denn, ähm, die anderen Seiten, die ich eigentlich Videos zugemacht habe, sind jetzt größtenteils down oder werden bald down gehen, aufgrund, dass Valve ja nicht mehr will, ähm, weil sie verklagt wurden, wollen sie ja nicht mehr das, ähm, dass man mit Skins wettet und so. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich schon alle mitbekommen. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.